Guten Abend, Tag Leute, hier ist der Basti mit einer weiteren Episode der Hardcore Games mit Elektro, Part Nummer 13. Hallo! Hallo! Du läufst 1.5, ich lauf ein bisschen mehr auf 1, denn da ist eine Schmiede. Und ihr wisst, was die Brauchschmieden braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Nein, Spaß, ich bin ja nicht Yuzami. Spaß, Yuzami, schöne Grüße. 1.5, oder? Ja. Ich habe das immer irgendwie, irgendwie vergesse ich das Richtung, egal wann du es sagst. Ah, da ist einer dieser Arne-Tricks. Wir teamen dich, oder? Ne, warte mal, ich habe irgendwie die Schmiede verplant. Da ist sie. Jetzt beeilen. Okay, falsches Fenster. G'schichert Hermit als Kette, irgendwie. Ah, wo, Diamantschwert. Sehr ernst? Ja. Oha. Nice. Ey, bitte, ich brauche Dings. So, wo bist du? Komm. Ähm. Minus 135 und 200. Minus 200. Ich bin minus 200 und 100. Ich mache mir jetzt erstmal das Diaschwert. Kacke, ich werde bestimmt sterben. Ich werde probieren, zu dir zu kommen. Wann kriegt man aus der Schmiede? Ich baue jetzt sechs Holz ab und dann komme ich zu dir. Man kriegt nie aus der Schmiede Dings, Diaschwert. Und jetzt kriege ich eins. Wow. Oder sieben Holz baue ich ab und dann komme ich zu dir. Ja, hol bitte 18 Holz, oder? 18? Okay, mache ich. Dauert aber ein bisschen. Echt? Ich schwöre dir mal, wenn jetzt irgendeiner kommt. So, hab jetzt 11. 12. Okay, da ist sogar einer. Ich glaube, den kann ich... Ich glaube, ich kill den. Wie übermotiviert er. Ab 15. Ich farm's jetzt echt so viel. 16. Elektro verarsch mich nicht. 17. Und 18. Wo bist du jetzt? Minus 200 und 0. Moment, aber ich laufe Richtung 2. Heißt, ich komme minus, minus. Ich track dich. Danke. Barst du mir nicht auf gar keinen Holz? Kannst du mir eine Bar oder so geben? Ja, warte. Hier. Ähm. Hier hast du Karotten. Ja. Ja. Ein Stonerino-Schwert machen. Okay, dann geh ich schon ein bisschen, ne? Mein Diaschwert ausnutzen. Okay. Merk ich mir. Okay. 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 Ey, Dias Monk macht jeder, oder? Monk schätzt. Ja, aber... Man sollte immer ein zweites Schwert, auch wenn es kaputt geht, einfach dabei haben, weißt du? Oh, wie nutzt du dein Schwertchen aus? Was? Hier, nutzt du dein Schwertchen aus. Ja, man tut, aber man kann, ne? Ich glaube, das ist ein Zweierteam. Nein, Ergladiator. Oh, ich hoffe, Ergladiator dich. Bitte. Wo ist er? Komm, bitte. Dann geh zurück, warte, lass, komm zu mir. Ich geh weg. Ah, er ist unten. Wo ist er? Dein. Ich schwöre, ich hab jetzt mit dem Finger hingezeigt. Wat? Idiot. Da hinten. Ohne Spaß, diese Quit-Action. Oh mein Gott, ich hab's da. Alter. Ich hab's da. Ja, ich auch. Ja, komm, Gladiator. Okay. Hoffnung. Ich hoffe, da oben legt's nicht. Er tankt. Crit. Schön. Pass auf, Tower da oben, ne? Toll. Schön die Hüfte kreisen lassen. Da machst du dies. Das, oder? Pass auf, geh da lieber weg. Ich will jetzt nichts riskieren in der Runde. Okay. Ah, das ist die deine. Kapuso von vorhin. Der ist bestimmt auf den Tower. Ja. Willst du den Tower machen? Nö. Scheiße, weiter. Oh, kein Bock. Aber machst du den Köder? Na? Mann, hast du Aufstand-Bilder da? Ja. Alter, ich hasse sowas, ne? Ah, ich... Jetzt track hier einen anderen. Oh, aber warte. Den hole ich jetzt. Da ist er. Er quickdroppt. Bitte stirb. Bist du im Dschungel? Nein. Ja, im Sumpf. Okay. Ja, ich track. Der gleiche ist in der Lava. Ich bin in der Lava. Spaß. Ich glaube, er ist in der Lava jetzt. Soll ich abstauben kommen? Ne, ich hoffe. Soll ich abstauben? Komm, komm. Bin ich auch nie bei dir. War das der Typ? Hm? Der war... Copycat und hat einen Ogil gekillt. Heißt, er hat die Potions gekriegt. Heißt, ich war einfach viel besser als er und hab ihn gezogen. Äh... Vielleicht. Er muss sie ja nicht benutzt haben. Guck mal, was hat er so aimig. So aimig. Egal, okay. Hast du Red Mushrooms? Ja. Can you give me some? Si. Ventioca. Äh... Ist da aquí. Was? Ist da aquí. Ventioca. Äh... Ah. Ich meine, äh... Katos. Äh... Mui Beno, bla bla bla. Hier, äh... Da liegen... Achso. Hier liegen... Hier. Hier. Iguach. Zacka. Katar. Zacka. Ey, danach muss ich da Todent schon. Okay. Soll ich dir eine Runde von vorne die jetzt noch mit ranschneiden an das hier? Ja, kannst du machen. Eigentlich schon, oder? Ja. Boah, eigentlich ja schon. Boah, dann gibt's weniger Geld einsparen. Ne, die sind nicht. Das krieg ich auch Geld. Was? Basti. Äh, von dir krieg ich auch Geld, oder? Ja, stimmt eigentlich. Provision, MoVision, du weißt. Geh mal weg, Alter. Ey, du... Ach, du scheißlackern, ne? Aber wir sind wieder am 2-1. Nimm das Dingsschwert hier mit. Das Enchartete. Hab schon. Was ist es? Schärfe. Einer scheiß. Oh, danke für die Steinachs. So. Da oben sind drei Leute. Das leben noch... Das sind die letzten. Nice. Ach, nee, doch nicht. Mit denen leben noch drei andere. Drei. Drei. Dres. Drei. Ah, jetzt haben sie von vorhin gelernt. Mit den... Mit Kangaroo. Ah, jetzt haben sie von vorhin gelernt. Wie hat sie sie im Russen, damit sie sie tun? Was? Das ist natürlich krass, oder? Aber ein richtiger Russe, würde ich sagen. Das hört sich an, so... Keine Ahnung. Wieso? Ich weiß, einer hat mal gesagt, das hört sich an, als wenn ich chinesisch bin, Alter. Ich kann's auch nicht. Ich kann nicht mal... Ich kann nicht mal Estnisch. Aber wer spricht bitte Estnisch? Egal. Ich. Ja, was machen wir mit dem Tower? Nichts. Nichts. Einfach ignoren. Einfach weiterlaufen. Genau. Ich hasse das, ne? Hast du auch? Was? Stampelt. Nein, jetzt nicht. Ja, jetzt im Moment nicht. Ja, vorhin hat er hier... Alter, ist das ne fette Motte hier. Alter. Verschocken. Immer diese Motten, ne? Ich hab noch nie erlebt, dass sich wirklich ne Schmiede gelohnt hat. Mann, ist die fett. Zerquetschst du mit den Fingern. Mach mal. Mach mal wirklich. Äh. Hast du Angst? Mark Motten. Mann, Elektro, ich hab keinen Bock. Weiß denn so schön die Kleidung. Wo bin... Ich weiß jetzt nicht mal... Da, da. Guck. Du sagst, bei dir funktioniert Kangaroo nicht. Ja. Bei mir funktioniert es nicht. Okay, einer hat geläffelt. Hoffentlich kommt er gleich wieder. Ja, wenn ich das jetzt einfach nur noch auf Feast warten, oder? Okay, 10 Minuten. Ey. Oh, nein. Wir haben ein Jahr. Hermit Full Iron. Nein. Ja, locker. Ein Hermit hat nicht einfach nur Iron Swords so. Der hat auch einfach Full Iron Wind. Egal, den ziehen wir locker. Locker. Wie viele Suppen hast du? Ja. Die Duppen spielen da keine Rolle. Warte, ich frage. Der Wille zählt. Ich frage einfach nach kurz. Vielleicht sagt er sie. Weil ich hab jetzt echt keinen Bock mehr, so rumzulaufen. Elektro. Oh. Hä? Er ist tot. Okay, dann Camel. Ähm. Wenn er jetzt nicht antwortet, dann lass ich hier in die Schlucht gehen. Trackst du mich? Noch nicht. Ja, doch. Ich mein, ja. Ich track dich. Ja, lass hier runter. Und dann? Chestplate oder so. Ah, okay. Ein aufs Safe oder was? Aber ich seh grad, die ist nicht so geil hier. Nee, die ist echt nicht so geil. Vorhin hatte ich nen Helm. Jetzt hast du nen Helm. So hatte du Tenzo ist auch auf den Tower, ne? Ja, klar. Ja, okay, lass hier runterkommen. Hm? Will ich das Falsche da rein gehen? Hier in die Höhle. Ja, ja, bin da. Halt du mal kurz ausschaub da. Danke. Ja? Durchlaufen. Kein Problem. Derzeit kann man ja HG spielen. Kann man's am Tag spielen? Ich weiß gar nicht. Ja, geht auch. Geht wirklich auch. Ja? Ja. Machst du schon mal nen Ofen? Ich baue jetzt das Eisen hier ab. Bitte stirb nicht. Mann, got to dance, alter. Werft schon. Sorry. Dass ich dich davon jetzt abhalte. Machst du Öfen? Ja. Kann zwei machen. Hier. Aber ich hab kein Ding. Holz. Ja, ich hab Holz. Wollen wir beide so ein auf den, so Full Iron, so Zweierteam, 2E1? Müssen wir gucken. So, also immer. Wer macht das aber echt immer? Naja, wir haben jetzt ja auch gleich Eisen. Aber eher 2E1, Tümer. Wer denn jetzt? B-Ball. So. Ja, wir sind doch nicht B-Ball. Ja, bei denen juckt's auch keinen. Ne, ich hab jetzt ein paar Kommentare gesehen, die waren nicht so geil drauf. Ey, du hast ja voll wenig Eisen. Ich teile auch alles auf. So, mal ganz kurz ruhig. Okay. Alles okay. Du kannst wieder reden. Ja, ja. Fuck ja. Alter, da ist... Oh, kurz Skelett, Alter. Herzinfarkt. Haben wir Rapuse PvP... Wen haben wir vorhin getrackt? Der war im Tower. Dieser Rapuse. Also es leben nur noch die 3 Leute auf dem Tower. Und ein Typ wahrscheinlich mit 4 Iron. Ja. Okay. Dann machen wir uns 4 Iron. Wie viele Suppenpilze hast du? Ich hab's wieder vergessen. 8, 12. Und vollinf. Ja. Schön. Ich hab ungefähr genauso viel. Und da ist ein Crafting-Venge. Okay, ich hab nochmal Eisen. Du hast noch keine Chessplate, oder? Ähm, no. Hier. Füßchen. Ist da noch eine Hose drin? Ich mach eine. Ja, ist okay. Geil. Hier. Ja, wo ist die? So, noch Schuhe für beide? Helm ist für mich drin. Achso, ich hab auch einen Helm. Stimmt. Geil, Eisen noch. Dann mach den Wassereimer. Okay. So. Naja, nice. Ging ja schnell eigentlich. Ah. Ja, dass ich das nicht schaffe. Okay, dann laufen wir jetzt einfach schon zurück zum Spawnen und warten auf den Viehs, oder? Ja. Ähm, mit dem, wenn jetzt, soll ich gegen den Hermit dann kämpfen? Alleine? Du gibst mir einfach vor deine Pilze. Ja, kannst du machen. Also, wenn wir dann den Typen sehen, weißt du? Okay. So, ich muss mal ganz kurz hier was erledigen, jetzt was Persönliches. Ich hab übrigens noch einen Sattel, ne? Wenn du Pferde siehst. Also. Lol. Livestream. Das seh ich jetzt erst. Ist die ganze Zeit schon gekommen. Oh, lol. Livestream. Wo ist Wasser? Bestimmt in der Wüste. Nachgucken. Ist ja auch irgendwie voll gay. Wasser in der Wüste. Das war ein Witz, ne? Gibt's. Voll öfter schon gesehen. Halt in Minecraft. Ja, ist aber jetzt gefixt. Pass auf, Baby-Sombie. Ja. Ich hol mir noch grad ein paar Kakteen, ne? Ganz ehrlich, das bringt eigentlich auch was. Ja. Ich hab jetzt auch fast 20 Stück. Sind voll viele. Kakteen sind ja jetzt wieder ein bisschen vorgerückt im Kampf gegen Coco-Beans. Hoffentlich droppt das Skelett jetzt sein Bogen. Ah, das ist noch ein Summen. Ja! 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 Okay. Und zwei Feine. So freut man sich über den Bogen. Ja, wegen den Tower da. Okay. Okay, der ist... Na gut, hier ist noch ein bisschen was. Hier ist noch ein bisschen Pilze, ne? Also ich hab eher Lust auf Kakteen. Stachlich? Hä? Stachlich hier. An... Stachlige Angelegenheiten. Aha. Guck mal, vorhin hab ich Holz mit der Hand abgebaut, obwohl ich ne Axt habe. Ich vergiss irgendwie, dass ne Axt nicht nur für Traps ist. LOL! Da ist der Full Iron. Ja? Ja. Er jagt mich. Aber? Ja. No chance! Ja. Nene, 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 nene. Oder doch einen chance. Warte ich... Ja, okay, machst du jetzt, ja? Naja. Hast du überhaupt nen Eisenschwert? Ja, Scharp. Ding. Scharpstein. Ja, geht vielleicht auch irgendwann kaputt, ne? Ja, glaub, geht kaputt in dem Kampf. Okay, warte, ich komm schon mal. Okay, er rennt ja weg. Ach, ja. Bär, 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 Bär. Oh, Rikra. Ich will jetzt auch denken, dass er 2v1 wird, aber ich bleib jetzt einfach so stehen. Dass er merkt, dass ich friedlich bin. Back. Okay. Okay. Ähm. Ich krieg's ihn anscheinend, ja? Anscheinend, ja? Krieg ich die Boots? Ja. Warum hast du dir eigentlich nen Helm gemacht, ne? Warum? Weil der hättest du jetzt. Achso, da hätt ich jetzt. Sorry. Habe ich ja gewusst, dass der jetzt auf mich kommt, dass wir dann fighten, dass ich dann gewinne. Der ist jetzt echt gekommen und lockt. Ja, ich hab ihn gekillt. Er hat gekillt und lockt. Guckt mich nicht. Geht als Kill. Okay, heißt nur noch wir und die Tower. Okay, komm jetzt. Ich gebe dir die Schuhe. Ich hab jetzt auch nen Eimer für dich. Okay. Wollen wir trotzdem ein bisschen fiest warten? Wollen wir das irgendwie cool machen? Ja, können wir machen. Dann, äh, eventuell gibt's nen Cut. Cut zum C. Cut zum C. Und ich hab jetzt auch Pilze. Cut zum C. Ah. Gerade. Kluger Basti. Thank you. Hab ich in der Grundschule gelandet. Feast! Ah, ich bin genau daneben. Den den Feast? Hm. Ja, ich seh's. Okay. Okay, der Tower ist echt sehr weit weg. Der ist genau in Richtung 2. Hier. Warte, ich hab 46 Kaktelen. Ich hab 47, haha. Hier hast du 10 Pilze. Paar Bowls. Wie viele Pilze hast du denn? 64. Okay. Der eine und von der anderen 49. Hier hast du ne Stein-Pickaxe, weil ich weiß, dass du die brauchst. Ich hab eine. Ich hab alles schon. Oh, prepared oder was? Jo, Mann. Hier hast du Wasser, Aiman. Das hast du nicht. Oh, ich hab ne Eisenhaxe. Wie viel Schaden macht das? Acht. Was? Keine Ahnung. Ah, ich treff dich nicht. Alter, hast du Reload? Ja. Digga. Okay, jetzt hab ich aus Versehen. Mach mal, das ist voll schwer, nicht zu treffen. Hör mal, jetzt so crunchen. Hör. Geil. Komm, versuch mal, mich nicht zu treffen. Komm, fight, go. Du musst durchgängig dabei klicken. Ey, du bist voll schlecht, ne? Du findest eigentlich meine Augen. Hast du ne Allergie? Pollen. Guck mal, ich recraft jetzt wie schmockig. Ich muss jetzt nur noch den recraft speeden. Halt Spaß. Guck mal, so recraft ist schmockig. Ah, fuck. Weil jetzt zeig ich mal, wie ein Babu recraftet. Und zwar so hier. Fuck. Nochmal neu. Hab das I vergessen bei Olivier. Kein Ding. Ich hab's auch so verstanden. Ah. Ey, ich supe nicht, ne? Ich hab zwei Herzen. Komm. Komm, hitze mich. Komm, trau dich. Ey, ich schwöre. Ich hätte echt geschnackt. Ich weiß. Komm auf. Ich bin recrafted. Hast du da Essen? Ich hab Hunger. Ja. Zu Hause. Nee. Keine Sorgen. Nö. Ich wohne hier auf dem Server. Das ist mein Haus. Guck, da hinten. Siehst du mein Haus? Ah, da. Schöne Bude hast du da. Danke. Da hinziehen. Mach. Ich räume ich hier drin. Echt krass. Äh, wollen wir Feast-Challenge machen? Jeder öffnet eine Kiste nach... Nee, oder? Doch. Doch, machen wir. Und dann am Ende kämpfen wir gegeneinander. Okay? Na, wir wollen doch jetzt schon... Hä? Erstens bin ich mit dem Wind dran. Okay, ja. Du hast recht, weil ich regattu den schon. Und zweitens... Äh, egal. Sind die eigentlich über uns? Nee. Guck mal, ich kämpfe jetzt immer so hier. Mit Extreme. Digga, es geht eigentlich. 60 FPS. Man sieht auch nicht mehr, als wenn man so macht. Auch eingestellt. Das. Mach mal bei Grafikenstellung, bei Maxima der Bildrate. Mach mal jetzt so. Mach mal 25 FPS. Ah, ii, alter. Loll, es ist um. Digga, das war so laut in mein Herz. Das war so laut. Digga. Aber, Reflexe. Ups. Sorry, ich hab ganz kurz Vollbild angemacht. Okay, fangen wir an mit der Chest Challenge. Okay. Such du dir als erstes eine aus. Aha. Ich nehme die hier. Okay, symbolisier dir. Merk dir, ne? Okay. Okay, dann nehm ich dir die... Warte, warte, warte. Ich baue einfach ab. Okay. So ein auf den. Okay, dann... Warte, warte, warte. Ich muss erst nehmen. Okay. Okay, aber noch nichts anziehen und so, ne? Okay. Okay, bau die ab. Oder ne, ich baue auch ab. Nein, aber nein. Da sind... Aha. Willst du nicht teilen, oder was? Okay, dann nehm ich... Die hier. Okay, dann nehm ich die daneben. Warte, ich nehm Feuerzeug. Okay, bau ab. Welcher... Okay. Gut. Mach weiter. Ich nehm die hier. Mann, du Scheiße. Okay, ich nehm die. Okay. Ich nehm die. Okay. Ey. Ich krieg nur Essen. Okay. Ey. Okay, ich bin fertig, ne? Okay. Fuck, nein. Ich hab meine Hose verbrannt. Hm. Gut, Basti. Really good. Ich hab' den Helm her. Lauf. Bixer, gib' den Helm her. Mann, Basti. Was denn? Gib' den Helm her. Nö. Willst du'n TNT-Kanone machen? Ich hab' wenigstens Ding, Enchanter. Ja. Ja, okay, komm her. Ich hab' den Enchanter nicht. Jetzt ganz ehrlich. Ohne Spaß. Ah, Leute. Ich hab' ihn. Lass' mal Holz um für die Dings. Ich mach' dann den Tower. Ey, der Sumpf ist ja untouched. Du kannst mir ruhig helfen. Nö. Hast ja mein Helm. Der ist schusssicherer. Wie wenigstens die Schuhe, Mann. Du hast meine Hose aufgehoben. Nein, ich hatte... ...eine eigene Hose. Ich hab' auch eine weggeworfen. Die ist locker. Nicht ins Feuer. Ja. Doch, ist sie. Ja, okay, warte. Ich geb' die gleich. Dann gib' mir den Eisenhelm. Äh? Ich brauch' dann den Eisenhelm. Wozu? Nee, dann hast... Hä, nein. Dann hast du trotzdem mehr Rüstung als ich. Ich hab' jetzt nicht mal Volliron. Gerade. Hä, dann hast du doch mehr Rüstung als ich. Nein, du hast dann mehr. Du hast dann neun Punkte. Ich hab' dann acht. Lappest du, ey. Hast du überhaupt gelernt? Ähm. Ich glaub' du hast nicht gelernt. Find' ich jetzt grad' mega dreist. Bist du den Bogen? Ich hab' einen. Äh. Warte. Danke. Oh, Bonus-Fiest. Ey, die haben sich bewegt. Oder? Ja, ganz ehrlich. Die haben sich bewegt. Ah, die sind bei Pies. Guck mal. Doch, die sind da drüber, die Idioten. Die haben sich da hochgetauert. Nein. Ey, pass auf. Pass auf, die sind locker unten nach meinem Trap. Bette. Ich hab' alles. Ja, ich nicht. Ah doch, ich hab' auch alles. Aber, wie ich mich kenne, bin ich so richtig panisch? Warte mal, ich muss dich erst mal tracken. Äh, jetzt trick' ich sie. Äh, sind die echt so dumm gewesen und haben sich jetzt getauert von da? Äh. Das ist jetzt echt schon doof. Ja, die sind noch hinten auf dem... Hier ist ein Pferd. Hab' den Sattel weggeworfen. Gut, ich mach's, ja. Ja. Pass auf, die haben Endermid-Trap. Echt? Ja. Dann von hier. Gut, dann taue ich mich seitlich. Wasser. Kannst du unter mir Wasser machen? Äh, hä. Ich könnte hier einen Tee kann man machen. Okay, die versuchen sich über mich zu tauren. Warte, ich schieß ihn runter, ich schieß ihn runter. Oder du schieß ihn runter. Dann. Nee, kein Ding. Ich mach das schon. Kämpfen. Das ist kein Problem. Ich hab genug Blöcke, um sicher zu machen. Hätte ich einen Enderpilver noch besser. Ist das der Tower aus der letzten Runde? Hm. Was? Ja. Echt? Na ja, letztes Mal haben die sich dummer gestellt. Weil sie zu klüge. Shit. Jetzt hab ich ihn getroffen. Ne, ist weich. Hütten die mich, wenn die mich stompen? Halt mit Fulairon und so. Weiß nicht, mal gucken. Alter, der hat Damage gemacht. Ich weiß jetzt leider nicht, wie eine TNT-Kanone noch geht. Mach mal unter mir komplett Wasser, bitte. Pass auf, er hat auch einen Bogen. Okay. Bichser. Egal. Man, ich will gerade dort einschauen. Alter, da war ein Creeple. Ja. Brauchst du Pfeile? Ich hab zwei. Ja, gib mal bitte. Du kannst schon mal ein paar mehr Blöcke holen. Warte, ich geh mal das Skelett. Blöcke. Mach ich Boss. Stimmt doch, oder nicht? Was denn? Wenn er ein Sub ist, dann sollte er runterkommen und nicht das Leben eines YouTubers schwerer macht. Am Ende stirbt er noch. Oder am Ende hat er da noch so Stressfalten. Irgendwann. Oh, Fiiiio. Ja. Was war? Wolli, Wollimorf? Wollimorf? Kenn ich nicht. Wollimte. Ich mach mal ein Screenshot hier. Tower Action. Fähig. Okay. Du willst es so? Hm, kacke. Machen wir jetzt im One on One. Eigentlich bin ich ja mit der Win dran. Aber. Ja. Woll mal, bleib mal da stehen. Ich will mal was probieren. Okay. Du bist denn. Schieß mal bitte nicht. Ja, nein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert so. Okay, du kannst auch woanders hingehen. Aber. Nee. Okay. Nicht schlecht. Aiming. Komm jetzt runter. Ja. Komm, du hast sogar mehr Rüstung. Ey, ich denk. Wieso willst du jetzt immer noch Win? Ich dachte. Du hast das letzte Mal Win gekriegt, du Spann. Ich bin so richtig heiß drauf. Ich hab keinen Bock auf Win-Win. Ey. Eine Bar. Okay. Ah, ich hab keinen Bock, Alter. Komm. Ah, ich nehm auf. Ich hab 80 FPS. Ah, ich hab auch 600 FPS. Komm. Okay, geh bei Optionen, Grafikeinstellung. Okay. Optionen, Grafikeinstellung. Geh bei oben rechts, maximale Bildrate. Gib 90 ein. Wo maximale Bildrate? Maximale Bildrate. Unter deiner Sichtweite kannst du es einstellen. Performance, oder was? Ja, Performance. Machst du auf wie viel? 90. Okay. Alter. Okay. Mann, das lag richtig. Okay. Okay. Go. Ja. 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 Ich hatte Verloren. Ich hatte Sharpness und was. Ich hatte auch mehr Rüstung. Und ich hatte Lags. Ja, okay. Du hast genau so viele FPS wie ich. Hä? Ja, aber bei dir lagts nicht. Hä? Wieso sollst du bei 90 FPS laggen? Ja, bei mir lagts, weil ich auf 600 spiele. Dann ist das normal. Okay. Bleibst du hier dann auch eigentlich im TS, ne? Wie meinst du? Ich gehe jetzt gerade dann schauen. Achso. Heißt du, gehst aus dem TS, ja? Könnte ja hier bleiben, aber... Ja, gemutet. Nee, ich gehe dann halt so wahrscheinlich vielleicht pennen. Okay. Ja gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Guckt bei Elektro vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss. Cool.